So. Jetzt gehen wir da rein. So. Ja, es gibt einen Secret Exit in diesem Level, aber... Äh... Äh, sei nicht besorgt. Dir wird gesagt, wo er ist. Dir wird gesagt, wo er ist. So, jetzt, ja. Jetzt rate mal, wie du da hochkommst. Äh? Rate einfach mal, wie du da hochkommst. Ich wusste jetzt nicht, dass ich da rauskomme. Hm. Hm. Mal gucken. Die töten mich wahrscheinlich. Ja. Alle. Schlecht. Sind da irgendwelche Invisible Blocks oder sowas? Nö. Aber ich kann ja einfach mal ins erste Level gehen. Tu das mal. So, und jetzt würdest du, glaube ich, so langsam wissen, was da jetzt war. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Beziehungsweise, was der da hingesetzt hat. Yoshi, theoretisch. Und damit liegst du schon ganz richtig, eigentlich. Ein Yoshi. Aha, okay. Guck mal, jetzt muss ich nämlich hier runter. Lol. Und hier ist jetzt was, wo man erst hin kann, wenn man die gelben Blöcke aktiviert hat. Ja. Coole Sache. Oh, da wird es aber nochmal richtig böse hier. Hm, hm. Guck mal da unten. Yoshi! Ach, den darf man auch noch füttern erst. Übrigens, du könntest das normale machen, ich kann das Squid machen. Wie, ich kann das normale machen? Ja, du hast auch einen Yoshi, um das normale Eggstead machen zu können. Ach so. Zu spät. Ne, du bist hier nochmal dran. Ach, ach so. Wenn du nicht willst, kannst du in dein Level gehen und dann Start zelenkt machen, dann bin ich wieder dran. Ach nö, ich hole mir jetzt auch einen Yoshi. Allerdings werde ich da nicht so schnell durchkommen wie du. Du hast eigentlich denselben Delay wie ich, das sollte nicht so schwierig sein. Ja, aber ich meine vom Können her. Ich bin auch kein Profi. Das sah gerade aber schon sehr gut aus, dass du da zusammen gespielt hast. Ja, ich bin aber schon vier, fünfmal durch. Ja, okay. Bitte, leid, es ist nämlich nochmal ungefähr doppelt zu sparen. Ich kann den anderen den Pilz, nein, komme ich nicht ran, okay. Ein Versuch war es wert. Sehr schön. Was? Nee, wegen dem Pilz eben. Ach so. Okay, so schwer ist das gar nicht. Ups. Muss nicht. Na, das hätte ich jetzt eigentlich auch lassen können. Ja, wenn du groß bleiben willst, dann machst du einfach. Du kannst dich da einfach dunken. Na, das war jetzt mehr so... komische Reaktion. Ich hätte eigentlich gar nicht den laden müssen. Aber egal. Komm mit. Ups. Start select. Ne, hier ist doch gleich das Ziel. Oder? Müsste gleich hier sein. Ich will Bonus Game. Ben. Nein! Oh Gott. Ich sag's noch, start select. Wo ist der? Nicht, dass der den jetzt loslässt oder so. Mach da weiter. Ach, hast du den mir grad gesendet? Ja. Ah, gut. Dann muss das Bonus Game noch ein bisschen warten. Ich sag's auch noch, start select. Ja, das war nicht ganz so klug. Sehr schön. Guck mal, du kriegst noch ein Pilz. So, schon besser. Hüppü-düppü-düpp. Guck mal, warte. Er hat die Zunge verkürzt. Siehst du? Ja. Das ist Donkey Kong Hintergrund, würde ich sagen. Donkey Kong Country 1, meine ich. Ja, auf jeden Fall 1, weil in den anderen gab's keine Waldlevel mehr. Doch, in 2. gab's. Wald? Ja, Enchanted Woods, wie ist das, glaub ich, auch. 2. Donkey Kong gab's Wald? Das war das mit dieser super tollen Musik. Jedes Donkey Kong hat super tolle Musik. Ich hab mich überlegt, wo es Wald gab. Ah, es ist nicht weiß, es gab so eine Sumpfwelt. Ja, die meine ich ja. Ach so. Aber waren der Bäume? Guck mal, hier, du mischst die Tile-Sets. Ah, cool. Das ist aus Joshi's Island. Ja. Ich zeig dir gleich mal was. Und zwar, wenn du dir den Hack downloadest, kriegst du, ähm, noch 5 Zip-Dateien zu, die heißen Hint 1 bis Hint 5. Und du kriegst die Passwörter, um die zu entpacken, irgendwann im Spiel. Dann kriegst du einen YouTube-Link und dann wird dir das gezeigt, zum Beispiel kannst du hier rein, irgendwo. Sehr gut. Und den Tipp kriegst du halt nach dem Level, wo ich nicht mehr weiterkomme. Ah, okay. Auch eine geile Idee. Absolut, ja. Da sind dann verschiedene Hinweise. Übrigens weiß ich auch langsam, dass der Typ sich mit HDMA auskennt. Siehst du? Ja. Ja, nicht, dass das dunkel wird oder so. Nö, dunkler wird's jetzt nicht. Okay. Reicht auch schon. Hi. Hi, hat der Mancha auch gesagt. Ich will dich essen. Om nom nom. Hallo Ziel. 5. Dunkel. Das war jetzt der Secret Exit? Ja. Ah. Sehr gut, dann kann ich den normalen machen. Ich weiß nicht, ob der normale einfacher ist. Oder den nächsten. Guck mal, der hat die Vans falsch gesetzt. Hey, it's dark. Nee, den spiel ich nicht. Der ist nicht ganz so schlimm. Ich spiel den normal. So. In Ordnung, dass ich ihn hinkriege. Uh. Uh, ups. No. Ja, so läuft das. Oh je. Wie groß wären die Dateien bei dir eigentlich, die Videodateien? Äh. Welche jetzt? Jetzt von dem Mario Hack zum Beispiel. Na ja, so an die 20 Minuten werden. Naja, aber ein bisschen mehr wie 20 Minuten sind 4 Gigabyte. Oh. Oh. Ja, das passt schon. Das ist noch. Öh. Ah. Ich dachte schon, da hat man verkackt. Ich dachte, ich auch gerade. Aber. So böse ist er dann doch nicht. Oh ja, gib mir den. Nee, dass ich den bräuchte oder so. Hiervon kriegst du eh noch genug. Vor allem in dem Bonus Game. Na dann ist ja gut. Den will ich. Den will ich. Gib mir den. Danke. Ah, jetzt bin ich hier an der Stelle. So geil los, Detailset. Ganz ehrlich. Oh yeah. Stimmt, das hat sowas. Ja. Das hat was, ne? Bin ich doof, bin ich doof. Oh mein Gott. Mit dem Background, dass du das passt schon. Ja. Hat halt sowas von Waldtempel oder so. Er erinnert mich voll nicht an die Maya-Tempel. Oh, da geht's hoch. Na. Ich glaube, ich habe eh eine ausge... Sehr schön. Gell? Ach, du meine Güte. Sollen wir da vielleicht noch ein Schild hermachen? Ohne Pils. Achtung, Loch. Hier kannst du runterfallen. Das wäre eine gute Idee. Könnte ich ja mal machen. Für meinen Hack. Nicht, dass das schwer wäre. So. Tja, viel Spaß beim Bonus-Game. Was du sowieso nicht schaffen wirst. Mal gucken, was kommt. Ich glaube, du wirst direkt verstehen, was du machen musst. Ah, wo? Wo? Ah, okay. Cool. Also ein Leben kriegst du mindestens. Ja, und je weiter man kommt, umso das ist mal geil. Ja, du kriegst bis zu einem neuen Leben. Und wenn du ein neues Leben hast, kriegst du auch eine Feder dazu. Und dann stirbt man nicht. Ja. Line-Guided-Thing und Hey-It's-Dark. Und neues Video.